Was ist denn du? Wo du hingehst? Was du? Lieber! Was ist das? Was ist das? Ich wollte einen! Du hast aber gewetten wurden gefunden. Wo sei denn sonst noch die Bade? Schick den Bus auf! Hey, Ober! Frau Obersturmbadführer von Schaffs ist hier! So, schmeckt man das aus! Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strass will Ergebnisse sehen! Das ist der Gase im Folder! Ist er mit jemandem fortstehen? Nicht zufrieden! Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach... Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können! Ach, Schreinerverdammt nochmals! Lassen Sie mich doch erst mal meinen Wein genießen! General Strass will Ergebnisse sehen, Helga! Ich bring Sie zur Ausgrabung! Das werden Sie schon sehen! Warten Sie! Fuck! Setzen Sie sich! Wie heißen Sie? Ähm... Franz! Franz! Mein Cousin ist auch so! Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben! Ja, so konnte ich allein sein! Und dann bekam ich auf einmal Polio! Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume! Und dann starb mein Wein ab! Hab ich deswegen geheult? Aber natürlich! Ist ja normal! Aber aufgeben ist was für Schwächlinge! Ich habe nie aufgegeben! Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen! Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Franz? Nur zu! Probieren Sie den Wein für mich! Los! Probieren Sie! Probieren Sie den Wein! Und? Köstlich! Sie haben einen interessanten Akzent! Köstlich! Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe! Der ist sauer, um Gottes Willen! Trinken Sie aus! Ja! Man riecht es sofort! Wie feuchter Keller! Muffig! Ein Hauch von Rosine! Einer Schmack! Süß wie Portwein! Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken! Sowas würde ich nicht mal meinem ersten Feind vorsetzen! Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit in diesem Banausen? Warum? Because... ...my dear, incompetent Schreiner. He's not a waiter... ...he's a spy! Gah! 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 Entferntmaß! Sie sind Gah! 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 Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt.